leute herzukommen auf den cast danno gaming und heute spielen wir mal wieder wie hier sind könnt eine runde survival die wollte in der letzten folge haben es tatsächlich geschafft uns leder zu besorgen die letzte folge sagt tatsächlich tatsächlich auch schon etwas lange her und ich sehe doch hier ein fisch den wir uns immer killen können ich weiß nicht warum das spiel gerade hängt okay so es wird auf jeden fall glaube ich gerade wieder tag ich weiß es nicht ganz auf jeden fall haben wir jetzt gerade irgendwie wieder was gesagt mir ist auch kalt tatsächlich hier im spiel nicht in echt so falls ihr paar probleme oder falls ihr irgendwie infos braucht auf dem disco server könnt ihr gerne mal drauf join falls ihr irgendwie was irgendwas haben wollte was weiß ich zudem haben wir gerade auch einen raid angriff gehabt auf dem disco server das heißt ich werde es jetzt noch besser machen dass es noch geiler ist vom system her vom sicherheitssystem her das heißt ich werde jetzt noch mehr systeme pro programmieren die einfach geiler sind kommen ja vom sicherheitssystem her also praktisch sehr viel sehr viel neu machen soll ich weiß nicht also ich muss das auf jeden fall hier mal kurz das neue bleiche rausholen so das ist oder was packen wir mal dies hier raus und mal was hier rein so okay so auf jeden fall habe ich jetzt erstmal wieder alles so geregelt dass alles wieder funktioniert auch mal ein bisschen selber denn meine ganzen forts waren offline liegt auch also der raid praktisch mit einem den bot hosting praktisch gemacht worden das heißt der bot hosting links bums hat das irgendwie so gemacht dass ich angegriffen werde das heißt ein das heißt nicht ich also ich bin letztendlich schon weil ich habe eventuell eine bewertung bei dem bei dem dies da geben die eventuell nicht gut war irgendwie können sie dann doch nicht mit kritik um kritik umgehen das heißt ja also irgendwie sind die menschen halt so wie sie sind und ja ja mir ist kalt das heißt ich kann gar nicht weg und muss hier einfach mal schön leute diese diese folge hier wird auch sehr chaotisch sein eben könnte sein dass jetzt in dieser folge nicht so viel passiert außer hier irgendwie bisschen irgendwas an der base bauen weil ich einfach tatsächlich ein bisschen kaputt bin ich drehe dieses video hier auch gerade sehr spät äh da ich absolut also ich habe fast sie hätten wie viele schon weiß ich nicht aber ich habe sehr lange gebraucht etwas da alles wieder so ein bisschen einigermaßen zu regeln ähm und ja deswegen tut es mir leid dass heute eventuell das bisschen interessanter ist mit hier ähm ja tut mir auf jeden Fall sehr leid ich hätte jetzt nicht damit gerechnet auch noch direkt nach dem ersten anwend ist das passiert ähm ja also es ist eigentlich alles scheiße gelaufen aber ich regele das gerade ähm intern und ähm weitere Infos werdet ihr entweder vielleicht noch in einem Video ähm hier kriegen oder halt einfach mal in Discord selber joinen der Link dazu ist ja wie gesagt in der Videobeschreibung und dort werdet ihr dann auch ja nachher kriegen wir müssen tatsächlich hier stehen bleiben weil mir sonst kalt so das Gute ist wir müssen tatsächlich gar nichts trinken essen haben wir auch noch so ein bisschen so wir könnten jetzt mal hier gucken was wir denn jetzt hier so ein bisschen ähm ähm Dino töten was heißt töten also bewusstlos schlagen praktisch damit ich das dann wiederum zähmen kann und dann ähm praktisch ähm 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 äh wie heißt es äh äh farmen kann was zur Hölle lassen sie mich in Frieden ähm so wir haben hier 40 Punkte das ist ganz geil also ein Sling warte das hier habe ich ja mir neu gemacht äh mhm knocking out targets only effektiv äh short range okay es hat eine kleinere range also praktisch eigentlich nur zum Nahraum das ist natürlich nicht unbedingt geil wir könnten mal gucken nach einer Bola weil die Bola soll auch eigentlich ganz geil sein ah end wow mhm Bogen ja Stone Arrow das blöde ist wir müssten halt hier irgendwas machen davon Standing Fort oh das ist eigentlich auch ganz geil also ich das links dort wäre eigentlich ganz geil ich glaube wir machen das mal so da brauchen wir auch Halt ein Wood 5 und Fibber 20 das müsste ich sogar haben ähm Fibber ist was ist das hier ich weiß nicht ob das Fibber ist ich nehme das einfach mal das hier auch so und Stone war das glaube ich ne ne war es nicht hier gucken wir mal hier kurz Fibber Halt ist das Leder könnte Leder sein und Wut also Holz habe ich genug ich brauche glaube ich nur noch Leder das hier ist Leder irgendwas fehlt mir also ich habe Fibber dieses gummiche Dings dann Halt habe ich und 5 Holz fehlt mir doch nur habe ich doch alles in meinem Klau oder nicht ja doch Fibber Halt ach Holz fehlt mir mir fehlt Holz ähm äh äh nein das wollte ich doch gar nicht hä kann ich das jetzt wieder reparieren oder was ah jetzt ist es weg nein das wollte ich doch gar nicht machen ach nö habe ich das denn jetzt in meinem Inventar bitte bitte lass es in meinem Inventar haben nein nein ich habe kein jetzt kann ich mein Fleisch nicht machen ey ey ich sag ja das wird eine chaotische Folge okay gut jetzt müssen wir uns erstmal hier kurz gucken wie wir tatsächlich wie geht denn das hier nochmal nein 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 ich will das Inventar öffnen so jetzt V nein V Mann V aha so könnten wir uns einen Ofen machen nein Flint brauchen wir einen haben wir nicht ja wir brauchen eigentlich alles zack 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 müsste eigentlich gar nicht so schwer sein ich glaube was fehlt mir jetzt noch ein einziger Stein ne willst du mich flaxen ja scheinbar schon habe ich hier noch einen Stein drin nö gut dann gehen wir mal auf Steinjagd hier ist doch ein Stein ja perfekt so warte wir machen das einmal hier kurz in den Inventar so gut das können wir auch quaffen das wollte ich nämlich auch so so perfekt Inventar zack jetzt haben wir hier sogar sowas so ähm wir brauchen auf jeden Fall einen Stein dann können wir nämlich auch das wieder reparieren so äh jetzt ist das da so machen wir hier mal wieder Holz rein und das Fleisch hier so machen wir es an so was wir jetzt nicht brauchen also wir brauchen einmal Holz das kriegen wir easy durch gehen hier naja so ein Holz brauchen wir ähm ähm und ein Stein ähm und ein Stein könnten wir eigentlich ein bisschen mehr sein hier von den Steinen so ich würde sagen wir farmen ja noch mal ein bisschen Bären und und Föber tatsächlich so ah ne ähm das jetzt hier einmal nein ähm Inventar wie fair so jetzt wird das einmal repariert ähm so so okay so perfekt äh die Folge hier wird tatsächlich auch nicht so lange gehen weil ich tatsächlich noch ein paar Dinge machen muss was ähm noch ein paar Probleme auch auf dem Discord server gibt so wir gucken mal kurz ob wir hier Essen voll kriegen weil das ist wichtig so so das reicht so jetzt gucken wir mal dass wir hier äh wieder einen Boden hinkriegen so was brauchen wir da ein Holz ja das sollte doch machbar sein ich würde sagen wir machen sogar direkt zwei äh Böden oder lass drei machen ja so wie viele können wir machen zwei dann machen wir auch zwei so das hier sind die Wände die Wände die könnten wir nicht machen warum weil mir Dutch fehlt okay Wände brauchen wir auch noch gut wir machen jetzt mal ein bisschen unsere Base hier fertig weil die wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit übermachen hat aber irgendwie absolut keine Zeit weil wir auch ein bisschen Fleisch brauchen so gut wir haben jetzt zwei Wände das ist doch prima so dann holen wir einmal die zwei Wände hier in unserem Inventar packen unser Wasser Dings hier auch wieder hin so acht bam 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 gut so jetzt kommen wir zur Wand wir brauchen wie viele eins und zwei drei und vier Wände ungefähr ja da brauchen wir einfach nur Dutch weil das fehlt uns tatsächlich gut in der Hoffnung dass wir jetzt zwei machen können wäre es eigentlich ganz geil weil dann könnten wir nämlich auch ein Dach bauen so wir haben jetzt gleich zehn wir brauchen aber ungefähr zwanzig tatsächlich noch kann ich laufen so wie viele kann ich jetzt machen zwei okay so ja ich blöd langsam schwer mit dem Holz sollte aber noch machbar mach mach ah nein warte wir lassen das mal ne ok ne ähm Inventar so wir haben einfach viel zu viel äh Gewicht warte warum sind wir nicht mehr so schnell wir haben irgendwie ach wegen der Wand ne ja okay wir wegen den zwei Wände tatsächlich so ach ey okay jetzt haben wir das schon mal jetzt müssten wir eigentlich nur noch nach Dächern gucken nach einem Dach 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 das hier müsste ein Dach sein ne ja gut ich glaube das ist ein Dach wir gucken einfach mal ob das ein Dach ist wir holen uns jetzt mal ein bisschen Dutch wieder weil das ist irgendwie Also, das magert wirklich bei uns irgendwie. Das Ledge. Wir haben auch tatsächlich einen Fähigkeitspunkt hier. Pack ich den rein. Essen, würde ich sagen. Ist gar nicht so leicht. Ledge, Ledge, Ledge. So, ich müsste schon genug haben. Ein Dach hier. Ich crafte jetzt erstmal kurz einen, um zu gucken, ob das tatsächlich auch die Wahrheit entspricht damit. So, wir sind absolut langsam. Aber das macht nichts. Wir lagern jetzt auch mal ein bisschen Holz tatsächlich da ein. Es sieht mir schon ein bisschen nach einem Dach aus. Wir sind extrem langsam. Aber wir müssen das jetzt hier machen. Wir brauchen auch tatsächlich ein bisschen Holz. Aha. Gut, gut, gut. Komm, wir haben es gleich geschafft. So, machen wir schon mal acht. Das sieht mir... Na. Ich weiß es nicht, ob das für ein Dach ist, Junge. Ja, ja, ja. So, wir sind gleich angekommen. Packen wir jetzt mal das Holz hier erstmal rein. So, bitte. Bitte. Ja. Es ist das erste... Äh... Nochmal abhicken. Ab hier. Es ist das erste Dach, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt fast einfach eine komplette Base. Wir haben fast ein Dach. Ähm... Wir haben hier ein Lagerfeuer, wo auch, glaube ich, vielleicht jetzt fertig ist, so. Kann erstmal aus. Es ist einfach geil. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao. Ciao. Ciao.